Nee, das nicht. Quatsch. Das bleib ich nicht. Das ist hier drin. Ach nee, das kommt nicht weg. Ich habe am Anfang so eine Tricolore gehabt. Und ich muss das wegmachen. Frau Caroline Tivolle, die meinte, das ist eine Beleidigung für die Dokumente. So eine Tricolore mal rauszuhängen. Die haben mir das selber weggemacht. Ich kam von zu Hause her zur Arbeit. Und das hängt nichts mehr da. Das hängt schon gerollt. Und das hängt wieder länger auf die Erde. Schade. Das ist eine Beleidigung für mich. Dass ich zehn Jahre hier verkaufte Eis. Und ich bin Gastarbeit in Deutschland. 34 Jahre schon. Sie muss nur bei mir kommen, diese Frau Caroline. Und sie muss mir selber sagen, der Grund, warum muss das wegmachen. Ich warte immer noch. Ich warte, dass sie einmal hier vorbeikommt. Ich finde das nicht so gemeint. Eine richtige Beleidigung für mich. Sie sind Jahre eng, diese Flakadon. Die Flakadon. Untertitelung des ZDF, 2020